Herzlich Willkommen zu unserer Community-Aktion. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Herzlich Willkommen zu unserer Community-Aktion Fallout 4 Face, wobei Face für Freude am Charakter-Editor steht. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen aufgerufen, mir einfach mal in die Kommentare zu posten, wen ich mit dem Charakter-Editor nachbauen soll. Da kamen eine ganze Menge Vorschläge und deshalb fangen wir jetzt mal an. Und viele, viele von euch haben sich Walter White gewünscht, beziehungsweise Heisenberg aus Breaking Bad. Und ja, den bauen wir jetzt als erstes mal nach. So, und da sind wir schon im Charakter-Editor. Den kennt ihr sicherlich. Da gab es ja schon im gesamten Internet ganz viele Videos dazu. Man kann sich natürlich einen Mann oder eine Frau machen. Und Walter White ist natürlich eindeutig ein Typ. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir eine Vorlage finden, die vielleicht so ein bisschen schon in die Richtung geht, damit ich nicht alles komplett... Das ist zum Beispiel gar nicht so schlecht als Ausgang. Merken wir uns mal, Gesicht 4 könnte was werden. Der ist zu kantig, der ist zu dunkel. Den könnte man vielleicht auch benutzen. Ich glaube, die 4 war schon gar nicht schlecht. Ich sep noch mal ein bisschen weiter, da habt ihr ja auch ein bisschen einen Eindruck davon, was es so alles gibt. Aber ich glaube, wir benutzen einfach mal die 4. Es ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man ein bestimmtes Bild im Kopf hat, jemanden nachzubauen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich baue mir eine Fantasiefigur. Aber das ist ja gerade die Challenge, die ihr mir quasi gestellt habt. Und ja, ich würde anfangen mal einfach ganz klassisch. Ich habe natürlich hier mein Handy liegen mit einem Bild, beziehungsweise ihr seht es ja auch eingeblendet, was ich mal so ein bisschen als Vorlage nutze. Also die Augen, fangen wir mal ein bisschen an. Die sind so ein bisschen schlitziger, würde ich sagen. So werden die größer, tiefer. Das sind schon so Schlitze eher. Gar nicht schlecht eigentlich. Aber da dieser Knick vielleicht noch ein bisschen, jetzt sind sie größer, eher kleiner. Kommt dem schon ein bisschen nahe. Lassen wir erstmal so. Annehmen. So, die Haare ist natürlich auch was, was hier schon ganz gut vorgegeben ist. Wobei für meinen Geschmack ist das schon ein bisschen viel. Ich habe jetzt keine, ich sag mal, Idealreihenfolge, wie man das am besten macht, um möglichst schnell ein Ergebnis zu haben. Aber ich glaube so, wenn wir uns einfach so langsam vortasten, ist das gar nicht schlecht. Ja, es gibt natürlich verschiedene Stadien des Walter White im Zuge der Serie. Das heißt, ich habe jetzt mal, ihr seht es ja in der Vorlage, einfach diesen hier gewählt. Aber, äh, Bootcamp wird es dann wohl sein, in dem Fall. Die neue Frise ist mir wirklich gut. Die Stirn braucht auf jeden Fall noch irgendwie mehr Falten, falls wir das mal irgendwie machen können. Die Augenbrauen, Innen, Augen, was heißt Augenbrauen, Innen, Augenbrauen, Außen. Äh, Augenbrauen, Innen, Augenbrauen, Außen. Was kann ich da jetzt machen? Achso, jetzt, das ist quasi wie breit. Die sind ja aber eher schmal. Wie kann ich das denn ändern? Da will ich ja den Typ an Augenbrauen ändern, nicht wie die sich bewegen. Mal müssen wir das mal ein bisschen schmaler machen. Ne, so nicht. Dann brechen wir mal ab. Warte mal. Typ. X. Augenbrauen komplett. Machen wir mal. So. Ne, das ist zu dick. Das ist zu geschwungen. Mal ganz schmale, dünne. Ne, ist auch so geschwungen schon. Was meinst du, Schatz? Schelme schön oder? Ah, guck mal. Der nach gerade, nach unten ist schon mal nicht so übel. Sind wieder diese buschigen Kandidaten. Machen wir doch mal. Wo war es denn? Nach unten, gerade. Das waren die eigentlich, die wir vorher schon hatten. Oder kann ich dieses Geschwungene irgendwie noch ändern? Obwohl, die sind auch nicht schlecht. Durchschnittlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Durchschnittlich. Nehmen wir mal durchschnittlich. Und dann können wir ja, glaube ich, hier einfach außen, äh, quatsch, das sind die, äh, formen. Und das dann so ein bisschen einschränken noch. So ein bisschen weniger machen. So vielleicht. Gar nicht so wahnsinnig schlecht. Die Nase, die Nase, die Nase ist auf jeden Fall eine ganz andere in diesem Fall. Ähm, schauen wir mal. So eine süße Nase. Ich glaube, so von der Seite kann man das nicht. Ah, guck mal, die ist gar nicht schlecht, oder? Stadtlich 5, merken wir uns mal. Was ist denn der Unterschied zu Stadtlich 4? Schatz, findest du meine Nase zu groß? Weiß ich nicht. Ähm, Stadtlich 3, ey, ich sehe da keinen Unterschied. Stadtlich 1, nee, die ist zu rund. Römisch. Nee, römisch ist falsch. Lass dich mal ansehen, Alter. Was hast du denn für einen Zinken im Gesicht? Ach so, schöner Mann. Nee, die sind zu schmal. Also schon weiter die Oben. Ja, stattlich 5, würde ich fast sagen. Und die kann man dann ja noch ein bisschen breiter ziehen. So, nehmen wir mal. Ich liebe dieses Gesicht. Und jetzt kann man hier, ne, auf die Spitze gehen. Und die formen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Umfang ein bisschen größer. Oder wird die jetzt zu knubbelig? Nee, der hat ja nicht so eine Knubbelnase. Ist ja eher breit, ne? Hm, in der Seitenansicht sieht man es besser so. Ein bisschen so. Da müssen wir wohl vielleicht mal auf die Nasenflügel eher gehen. Und die ein bisschen breiter machen. Ja, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Da kommen wir der Sache doch so ein bisschen näher. Ah. Ja. Aber irgendwie, also die Spitze gefällt mir noch nicht. Die muss flacher in dem Sinne. Die ist zu, die ist zu spitz. Wie kann ich das machen? So. Boah. Kommt dorthin? So ungefähr. Nehmen wir einfach mal an. Der Mund ist hier von der Vorgabe, finde ich, gar nicht so schlecht. Weil der auch so ein bisschen schmallippig ist. Die Unterlippe ist vielleicht ein bisschen zu dick. Halt mal die Klappe, Typ. Dann sehe ich deine Lippe auch besser. Guck mal, das ist noch ein bisschen schmaler. Ne, die ist zu dick, ne? Durchschnittlich. Vorspringend wollen wir nicht. Und unten gezogen. Abgerundet. Abgerundet. Gar nicht schlecht. Richtig schön frisch. Diese Kommentare. Grinsen. Ne, grinsen tut er auf gar keinen Fall feixend. Stabil. Das ist schon wahnsinnig, wie viel es da gibt. Also, da sieht man mal die menschliche Vielfalt. Aber was hatten wir da eben abgerundet? War nicht schlecht. Oder noch unten gezogen? Ich finde das sieht ziemlich gut aus. Halt doch mal die Klappe. Ich will deine Lippen angucken hier. Unten gezogen. Zwei finde ich gar nicht mal so übel. Vielleicht machen wir auch schon mal den Bart, wo wir da gerade bei sind. Oder wollen wir erst die Formen? Ich glaube, der Bart ist schon mal gar nicht so unwichtig. Dafür müssen wir natürlich rausgehen und in die Extras rein. Ne. Obwohl, wo wir hier gerade schon mal sind. Makel. Da sind, glaube ich, auch so Falten. Ja, das sind eher so die Pickel. Ich wollte ja so Furchen. Wangen, Flecken, Mundmarken, Pocken, Narben, eingefallene Augen. Eingefallene Augen. Er sieht ja für das, was er erlebt, eigentlich ziemlich frisch aus. Den Sonnenbrand, den können wir mal entfernen. Rote Nase, Checkout, linke Wange. Da ist eine ganze Menge Kram. Aber das ist nicht das, was ich suche. Eingefallene Augen. Ne. Wangenlinien. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Macht dann alles ein bisschen älter. Das können wir mal ein bisschen hochschrauben. Hier, ihr seht unten links die Prozentzahl. Ja, so. Ähm, Male, wo war denn? Sommersprossen, Leberfleck. Ich muss auch sagen, der Charakter, den ich mir fürs Spiel gebaut habe, da habe ich gar nicht wahnsinnig viel gemacht. Deswegen habe ich den Editor noch gar nicht so richtig ausgereizt. Narben brauchen wir eigentlich nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Verbrennung, Boxer, ne. Äh, zurück. Tuck, 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 tuck. Dann müssen wir nochmal ins Gesicht rein. Bart, da. Da ist es doch. Einsamer Wanderer. Harter Typ, nein. Wir brauchen hier diesen... Ja, das ist zu wenig Goaty. Fangen wir ganz oben an. So, das ist alles zu wenig. Wir brauchen hier den richtig schön dicken Goaty quasi. Freerider ist echt... Ne, das passt noch nicht ganz. Ich hoffe, die haben hier noch mehr. Futterrasierer. Äh, Gangster. Unterlippenbart. Die finde ich halt ganz widerlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, Mustache. Diverse Mustache. Kinnbart. Ah, da, guck mal. Der ist aber auch ganz schön zottelig, aber kommt dem schon eher nach Vollgas. Ne, der ist ja glatt rasiert drumherum. Spitzbart ist zu lang. Das ist ein ganz anderes Jahrhundert. Äh, ne, dann bleibt es doch hier bei, äh, was war es? Kinnbart. Ja, das ist gut. Die Farbe ist aber eher so... Die Hautfarbe ist eher so... Ähm, ne. Ja, ganz so blass ist ja nicht. Sonnengebräunt, gerbt, verbrannt. Komm, lassen wir aber rosig. Das passt schon so. Ich wollte aber eigentlich ja, äh, die Bartfarbe haben. Ne, das ist die Hautfarbe. Bart, junge Bart. Oder kommt das gleich über die Haarfarbe? Das kommt wahrscheinlich über die Haarfarbe. So, der ist mir aber noch ein bisschen zu schmal im Gesicht. Also wir müssen die Wangen, glaube ich, noch ein bisschen formen. Wir können mal eben gucken, ob von den Typen... So attraktiv am ersten Tag. ...gerötet, zerfurcht, faltig ist eigentlich, aber es ist ganz schön wenigfaltig. Machen wir aber mal. Ähm, formen wir mal. Und das so ein bisschen breiter. Äh, ja, so kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Man sieht es ganz marginal. Aber der ganze Kopf wird gerade so ein bisschen breiter. Ne, das ist es aber noch nicht. Müssen wir hier vielleicht noch mal ranformen. So, den Umfang. Ne, das wird schmaler. Auch noch nicht so richtig, ne? Müssen wir vielleicht noch mal, warte mal, abbrechen. Hier die Kinnbacke und den Kiefer. Vielleicht erst mal den Kiefer setzen. Ja. Ne, das wird schmaler wieder. So. Also richtig, was tut sich hier nicht, ne? Ich dachte, das wäre ein bisschen eindeutiger. Du siehst irgendwie aus wie eine gesunde, junge Version von Walter White, mein Kollege hier. Das ist auch nicht so vielleicht. Es ist wirklich, ähm, wenn man da das macht, man sieht relativ wenig. Mein attraktiver Mann. Kinnbacke unten. Nur mal eben probieren. Ah, hier wird es schmaler. Da, da kommen wir der Sache noch hin. Das ist auf jeden Fall schon mal eher in die richtige Richtung. Das nehmen wir an. Nicht schlecht. Kinnbacke oben. Ne, machen wir auch noch ein bisschen breiter. So, jetzt kriegt das Ganze ein bisschen mehr kantige Form, das Gesicht. Da kann man mal sehen, wie entscheidend so gewisse Gesichtspartien sind. Was man sich vielleicht sonst eigentlich gar nicht so vor Augen führt. Da seht ihr, da fällt die Wange ein. Und dann nehme ich sie wieder aus. Obwohl, so ganz eingefallen ist es ja nicht. Machen wir so. Ah, okay. Ah, ne. Ähm, die Stirn. Das kommt eben eigentlich vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr so runter. Oder hoch. Ne, ne. Eher so. Eher so ein bisschen breit. Hat er so einen breiten, also eher so einen breiten Bums-Schädel, ne. Okay, annehmen. So langsam kommen wir der Sache näher. Die Haarfarbe können wir nochmal eben machen. Da ist ja eher so ein, schon ein leichten Rotstich drin, ne. Das ist fast einen Tick zu hell. Das Tiefrot, Fuchsig, Gelbbraun, Kastanienbraun vielleicht. Ne, das ist zu dunkel. Braun, Dunkelbraun, Tiefbraun, Schwarz, ne, das ist alles zu schwarz. Weiß, gebleicht. Müssen wir nochmal weiter nach oben gehen. Also blond ist er ja auf gar keinen Fall. Hellbraun, Gelbbraun, Ne, zu hell. Ja, Rotbraun ist es dann wohl, ne. Rotbraun kommt hin. Aber irgendwie ist die Haut doch hier, müssen wir nochmal, runzelig. Das ist alles, was ihr an runzelig habt? Schon eher, ne. Faltig. Besser. Ach, guck mal. So langsam. Die Öhrchen sind schon andere irgendwie, ne. Er hat eher so segelig, die Ohren. Lang. Ach, da, guck mal. Das ist doch fast perfekt. Lang vier. Lang drei. Ja, nicht schlecht. Durchschnittlich. Was es alles für Ohren gibt. Ich achte, ehrlich gesagt, nie auf Ohren bei Menschen. Aber die stehen schon so ein bisschen richtig ab. Das ist gar nicht schlecht hier. Anders an dir. Lang zwei. Komm, den nehmen wir an. Das passt. Die schläfen. Also ich muss sagen, irgendwie hier die Außenkieferkante, die müsste eigentlich noch ein bisschen, müsste noch ein bisschen weiter auseinander, oder nicht. Ne, so ist die falsche Richtung. Geht nicht. Das ist schon das Maximum. Verdammt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Naja, so richtig nah kommen wir da, glaube ich, gar nicht ran. Aber wir probieren noch mal jetzt, was so eine Brille vielleicht noch mal. Haben wir denn gar keine Brille? Wo sind denn die Brillen noch mal? Oh, wo waren denn noch mal die Brillengesicht? Machen wir die Augen noch mal. Wobei wir da vielleicht auch über den Typ noch mal ein bisschen was reißen können, weil ich hatte die ja eigentlich vom Typ gelassen und nur ein bisschen geformt. Weil die ja schon schmal waren. Aber vielleicht kommen wir da noch ein bisschen näher rein. Oh, guck mal hier. Das ist ja schief. Stechend. Er hat schon stechende Augen, der Begriff. Passt eigentlich, ne? Guck mal, die sind gar nicht schlecht. Stechend 3, stechend 4. Ich mag aus irgendeinem Grund stechend 4 für Water White, aber die würde ich jetzt noch ein bisschen ein bisschen zusammenrücken wieder. Ein bisschen, ne, das ist rein raus. So, ein bisschen näher zusammen. Oh ja, viel besser. Viel besser. Was so Augen plötzlich ausmacht. Hallo, schöner Mann. Okay. Nasen, Flügel, Nasen, Spitze, Augenbrauen, Mitte. Stirn haben wir, Augenbrauen komplett. Wo komme ich denn hier zur Brille? Wangen, Knochen, Wangen, Gesicht, unten. Na, zurück. Vielleicht über den Körper nochmal gehen. Na. Hier unten kann man, ihr seht das an dem Dreieck, sich so ein bisschen positionieren. Finde ich jetzt ganz, ganz schwer. Aber so von weiter weg sieht das schon wieder gar nicht mehr wie Water White aus. Extra. Extra. Es geht mir in eine Brille. Wo ist denn die Brille? Marke, male. Lippen, grobes Gesicht. Das ist alles nicht das, was ich will. Was heißt denn eigentlich grobes Gesicht? Machen wir da mal ein bisschen hochschrauben, die Prozentzahl. Macht denn alles ein bisschen furchtiger. Finde ich gar nicht schlecht. Nehmen wir mal an. Marke, male, Leberfleck. Ich gehe es nur noch einmal durch, damit ich das auch nicht übersehen habe. Schaden auch nicht. Na gut, dann gibt es wohl keine Brille. Dann müssen wir das wohl dabei belassen. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nur ein bisschen stolz auf mich. So on the fly hier ein Walter White. Ist bestimmt nicht perfekt. Da kann man bestimmt noch wesentlich mehr Zeit investieren. Aber ich würde sagen, mein Walter White für diesen Fall ist quasi erledigt. Und damit kommen wir dann auch im nächsten Video zur nächsten Challenge. So, das ist also Brian Cranston in der Rolle des Walter White. Aber ihr habt natürlich noch wesentlich mehr Vorschläge für Fallout Face gemacht. Freude am Charakter-Editor. Und deswegen werde ich noch mehr Videos hochladen in den nächsten Tagen. Da sind noch ein paar coole Sachen dabei gewesen. Stay tuned. Und ansonsten könnt ihr natürlich hier unten auf die Videos klicken. Ich habe natürlich auch das aktuelle Rise of the Tomb Raider gespielt. Und die News gibt es natürlich auch immer. Also dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.